Und Umgebung erfolgreich bewertet und verkauft. Das müssen wir noch mal machen. Was macht er? Der sich in einem Bereich besonders gut auskennt, anstatt einen Alleskönner. Der sich in einem Bereich besonders gut auskennt, anstatt eine... Noch einmal bitte. Das ist total mein Lieblingswort. Anstatt einen Alleskönner, das ist doch eigentlich gar nicht so schwer, oder? Äh, doch mal zurück. Nach oben. So. Dann klicken Sie. Falsch. Ich habe mich verlesen, oder? Ist das gut? Ist das gut? Wie rausschneiden. Ich denke ans Lächeln. Ich denke ans Lächeln. Sind wir durch? Also.